ja hallo und herzlich willkommen heute hier zu einem weiteren folge von es wird mir damit wieder ein weinigerock dezent neben der spur gewesen ja letztes mal haben wir auf unser haus schon weiter klappt buchstatt hier heute wollen wir fertig werden mit dem ding dass wir zumindest das grundgerüst haben dass wir schon mal reiten können und ein bisschen auch safe sind ja wie gesagt bob ist auch wieder mit am start hier ja moin moin meine freunde holz hacken ist angesagt aber man ist schon wieder die story schon wieder sicher läuft bei dir destroyed die achse man schon oft mal freund ja 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 das ist einfach nur harte arbeit hier nur 26 und 30 holz alter ist dann ist nicht wirklich der knaller wie gesagt wir müssen gucken wenn wir irgendwo stein finden oder so immer stein auch abbauen die großen steigen dinger weil da findest auch eisenherz raus und das ganze heißen jetzt einfach meine schmelzofen rein dass wir ordentlich eisen finden dann können wir so ein hachse das ist halt ganz praktisch weil ich sag's brauche auf jeden fall ich habe ja ich habe ja hier schon habe ich muss sie halt nur reparieren meine metallachstieren aber ein stahlachst du brauchst du eisen für ich habe vier stahl schon am schluss ja die wände stehen klingt mal hier wie schön das aussieht ich bin grad gar nicht ein ich höre es auch gerade nur bäume fällen hier schon mal super aus das kann ich die jetzt reparieren hier einfach so sein wahrscheinlich soll ich hier wohnen hier ja man ist aber wirkt man muss paar decken auf jeden fall das ist wir brauchen das dann gut wissen holz rein das da und dann mal ja auch hier auf jeden fall kräften so ich gehe wieder fällen hier macht das macht das ich mache schon gerade mal paar decken fertig dass wir die decken auch drinnen haben und ein bisschen holz machen und dann auf immer noch eine treppe bauen brauchen wir definitiv noch eine treppe das war auch das zweite geschossen reinkommen wer blöd wenn ich ja das stimmen das wäre dezent bescheiden ja ja wenn ich suche so du hast einen fähigkeitspunkt erhalten jawoll das ist doch mal sehr gut läuft doch sehr gut so erstmal hier viele bäume abgeerntet aber es springt halt nicht mal raus großartig ja das boll auch recht schnell nach ja zum glück zum glück so ziehe ich mir weg hier ich muss ein baum ja habe ich auch gehabt ja der bär wäre jetzt uncool auf dem bär habe ich keine los um ihn wollen bär ist halt doch sehr sehr tricky der bär wird auch zerschnitzelt wer ist eine nummer härter als auf jeden fall als als der wolf so haben wir einen holz nur 40 perfekt so manchmal treppe hier rein wo ist die treppe jetzt eine treppe brauche ich auf jeden fall noch das da ach so holt also holz treppe ist am start auf jeden fall das passt wieder langsam wieder heller ja so langsam obwohl wir erst nur nur 47 haben er ist unser mond glaube ich der kommt dann immer okay ich habe es 5 so ist auch schön stern klar immer auf jeden fall so habe ich jetzt hier die dinger das ist ja ein bisschen bei den spieligen oder sowas über da vermisse ich hier bei den games wie die regen und sowas kommt alles noch keine sorge ist der tag ist der tagesabhängig alles was es regnet ja nicht jeden tag so die treppe mache ich einmal ach kann er geht jetzt dann nicht dann müssten wir dann brauchen die treppe recht können auch da machen jeder wesentlicher da nicht so ja wie er hört der wuggie schon fleißig anbauen ich fälle die noch fleißig bäume ja müssen wir das an wie die karre dann gleich da aussieht von nix kommt nix wieso macht er jetzt ah ja aha so haben wir das auch schon mal das einmal da rein das da rein das da rein ja jetzt brauchen wir langsam sind auch der die feiler weil sonst halten die decken nicht mehr okay das ist auch ganz gut die fünf jetzt mal die fünf hier bitte ich will die treppe und boden ist so gut wie fertig sehr schön meine achte ist gleich wieder zerstört läuft bei dir noch ein schönes bäumchen am start das ist ja noch neben mir achte neben mir bist du hast auch ich habe gerade gesucht ich höre ich habe nur bäume fallen aber ich sehe dich meistens nicht schon mal davor so wie weil wieder eisen dass ich von weiten schon dass ihr eisen ist das ist sehr nice eisen ist ein stein herrlich gleich ein stein der zwei steine wo ich mir meine spitzhacke machen kann und meine aktie ganz machen kann es ist noch steigende bei dir ja aber ich kann nicht abbauen und spitzhacke die kannst du auch mit du kannst auch normal abbauen mit dem dem was du hast ja so mit achs machen wo war der stein da war ich kann sogar sogar mit achs abbauen auch jetzt ist meine angst kaputt das war es denn mal komplett jetzt auf jeden fall ja kann ich ja direkt reparieren hier zack also was fehlt denn hier zum reparieren dann stein am start stein leder und holz glaube ich da leder da ist das problem so haben wir das auch schon mal reparieren jetzt aber hast du dir zum wunderbar so wetter holz brauchen echt eine menge holzer wochen ganz ganz viel holz und müssen jetzt gebaut werden mit decken ich habe jetzt 232 holz muss man gut ist man anfangen ja ich mache die aktie noch mal kaputt ich habe hier gleich den ganzen regen bald abgeholt ist doch nah ist man müssen auf jeden fall auf das hier denn auch funktioniert ja sagen wir ringsum auch schon mal dann brauchen wir die ganzen holz sollten auf jeden Fall auch das ist das der ganze mister noch hält in der mitte ich muss muss gleich noch so ein trinkschlauch machen um mir was zum trinken holen wir müssen so mal gucken dass hier irgendwie eine lesung ob ich auch wasser hinterm wald direkt weil da ist doch was würde sagen da vorne vor uns ist einer was hinter uns ist einer wir haben viel wasserquellen hier vor was brauchst denn noch für den trinkschlauch leder und das ist eine frage seit mann jeder uns leder und lederriemen und das brauchst du auch noch aha so ich habe schon mal die wasserpulle am start hier was so genau wir müssen auch hier das eisen erst so machen stimmt ja auch gleich mal rein das essen darfst die aus saugen verlieren ich denke mal dazu ja ich fällst mich hier noch durch geben trinken auffüllen und komme ich auch wieder so das auch und dann würde ich mal sagen dass wir so oder so denn mal irgendwie recht zum deichlauf uns wasser will da ich bin gerade schon unterwegs nur jeden baum mit dem über bist du lang gelaufen tut mir immer gerne richtung richtung deich junge das soviel deiche ja richtung groß ist mehr so mehr durch den wald durch bin ich gelaufen richtung mehr da kannst du was nicht auffüllen du musst den fluss nehmen oder ein tümpel also mehr geht es auch immer okay okay das wusste ich jetzt und bei uns ist ja in der nähe hier auf die wald dabei ja ist jeder kleine teiler sind da ja das kommt erst mal zurück ja dann würde ich sagen laufen wir zusammen dahin jeden baum mit dem über so ich schaue mal ins lagerfeuer hier wie das fleisch aussieht oh ja ist fertig wir müssen gucken das holz geht auch weil das feuer ist auch bald aus auf jeden fall ja ich hab ein bisschen holz dabei so das fleisch welche meine truhe packen hier ist der dritte truhe für das ganze fleisch so das ist da die bäume sind wir schon wieder da ich habe gerade jetzt alle gefällt soll ich jetzt mal rausnehmen hier ist natürlich ein traum des farmens hier man fällt ein baum fällt die nächsten baum dreht sich um der erste baum ist wieder da das stimmt ja das ist ein traum hier war seine eintruhe in der dritten truhe die so längst steht ja da ist zu essen dran auf ihrem fleisch nur eine pilze ist dran wein ist dran äpfel sind ein brot ist drin alles drin ich habe ein bisschen vielleicht schon braten sich ja ich brauche noch ein zwei minuten und dann komme ich auch wieder dann ist man hat sich eben wieder kaputt hier kann ich mal gucken dass wir noch ein bisschen holz holen ich sammle nichts mehr inventar ist voll okay wenn du überladen bist irgendwann dann ist klar dann ist gerade macht dann über nichts mehr kurz gespannt hier ob ich da noch die zehn oder sammelt jetzt gar nichts mit der sammelt wirklich gar nichts mehr alter ja wenn du überladen bist ja klar weil du kannst ja gar nichts drauf nicht überladen ich halte komplett voll ich trage jetzt 299,4 kg und ausgelassen ist das für 100 irgendwas glaube ich ja 100 habe ich ist die bauchtasche so was müssen wir erstellen wir brauchen auf jeden fall boden und säulen also seite wie viel ungefähr muss man zählen keine ahnung weiß jetzt gar nicht aus dem kopf viel auf jeden fall jetzt erst mal nicht muss man schauen ich kann mal hin oder ich schau mal selber spaß mit retterdecke brauchen wir uns auch noch naja das meine ich brenner decke auf jeden fall die brauchen wir schauen ich schau mal wie viel will ich von brauchen was ich brenne kein auch nicht schlecht 1 2 3 4 5 6 6 stück in der warteschlange was brauchen wir noch da ist man nichts mehr nehmen nur noch die sechs gute namen oder auf jeden fall noch gut holz übrig der holz ist mal holz brauchen wir sowieso so jetzt lehre ich auch mal eben das ist meine taschen hier so weg damit das sind kräuter und schmarrn 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 so holz säulen mache ich auch mal fertig noch weil die holz säulen brauchen wir auch noch was uns hält die decke nicht mehr so jetzt habe ich mal drei säulen den boden genommen jetzt mal gucken wie das alles funktioniert hier mit den ganzen säulen und so das lehre ich mal dahin dahin das da die säulen dorthin so jetzt mal gucken so ich bin jetzt auch soweit leer hier schon fünf wie funktioniert das mit der säule so also eine säule ist am start so jetzt mal gucken jetzt bin ich mal gespannt wie das funktioniert aber das ist ja doof sobald ich hingehe und meinen bogen ziehe einmal sport mein schild in der tasche alle türen müssen machen sie es gerade hätte ich schon dran natürlich schon aber ganz schön war so dunkel es war auch verwenden 1 2 6 7 8 9 10 11 12 kommen die rein oder direkt einmal ein dann haben wir den schmarrn auch schon mal fertig da wende 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 wo haben wir die wende holzwand das dach brauchen wir nicht weil es waren da zwölf stück sagte ich na und recht zwölf stück so viel ja kreft warum sei es jetzt drin ich habe es nicht daran das lag davon schon kräftet der denn jetzt hier die so war das daraus genommen was wahrscheinlich bei jetzt kräftet er wieder eisen erz muss ab und zu müssen ofens lagerfeuer noch mal das fleisch ist hier auch fertig perfekt und wir sollten auf jeden fall jetzt gleich mal loslaufen denn er lasst mich eben ganz kurz die wende da noch ich soll dann und dann ich muss das ja nicht rüber hallo jetzt so das haben wir eisenachs da das ist da das raus dass wir unseren an allem hast du schon fertig gemacht man trinkschlauch schon fertig ich muss nur auffüllen ja ich glaube ich mache mir noch ein zweites damit ich da immer noch einen im vorrat habe so weit manchmal kannst du machen wie du willst mir reicht einer weil so viel betrinken ist auch nicht so wenn ich habe jetzt eben ganz kurz die wende hier noch dran dann können wir losgehen das ist ich habe noch ganz ein trinkhörner hier das ist natürlich auch doof das zeugt mir hier soll sie kiste öffnen so sagt das auch am start die pilze machen darüber noch so nämlich das auch mit der nacht hier das haus würde auf jeden fall langsam echt schön hier gefällt ich habe mich verrechnet einer fehlt ist jetzt oder was nur eine holzwand eine fehlt eine eine einzige fehlt ja dann machen wir noch eine wand eine einzige wand fehlt dann soll sie nicht hapern ja würde ich auch mal meinen so holzwand eine zack und dann würde ich sagen lass uns los latschen ja wie viel trink hast du noch weil ich habe es noch 44 prozent ich habe noch 24 dann wird zeit ja wahrscheinlich ja sagen wir mal den brennofen eventuell mal anschmeißen wenn du holst das auch ein ja holz haben wir hier noch eine werkbank 124 ich nehme ich mir jetzt einfach ob die hier rein so macht es die wand da ich reise blöd das heißt die dinge sind auffällig ist es passt so offen ist an wunderbar dann lassen wir auf reisen gehen hier mal wasser holen wo bist du denn da bist du der mann mit der fackel genau der mann mit der fackel meine macht muss und wir haben diese bindung rollen ja das ist immer wenn du irgendwas in der hand hast dann heute nur noch wenn es die fackel weg steckt ist eh hell genug dann rennt also wieder rennen so hallo die waffe ist ja genau geradezu ist ein kleines löschlein da ich sehe schon schwein dass mir ruhe ich habe nichts getan rechts ist sicher dass wir das trinken können das sieht so ziemlich grün aus naja ja naja naja gehe ich davon aus einfach nur durch die sonne gerade irgendwie ein bisschen gelb geleuchtet kann auch sein ich denke schon dass es geht naja wasser trinken siehst du sagt trinkflasche aufgefüllt perfekt schon geht's wasser drinnen ein paar strohfasern geholt noch welche mal hier hätten wir auch bauen können ja wasser natürlich auch geile ringel blumen ich sag mal ich selbst nicht soweit entfernt also was aber auch hier weil er es passt das ist schon mal sehr wichtig vor allem ist unser unser haus auch markiert auf kleine mini märten ja schon gesehen an der jetzt ist es weg das war ein pack oder so strohfasern sammeln paar blumen hier noch ein paar steine schon dabei sind schon mal dabei sind alles hier mitnehmen was hier so geht ich bin gerade so leer da passt das alles so viel mitnehmen so ich muss jetzt auf jeden fall noch so einen steinhaufen finden kurz weil ich muss mal eine achse reparieren stein 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 aber ließen sie ist ihnen sie nix sie wussten wieder vorne noch was wegläuft ein wolf bei dir bevor du dich angreist ins gesicht ins gesicht und weg und da ist auch nicht stein und sonst sogar so oft am special steine kannst du so aus wenn er darf ich hatte vor allem da muss ich bauen ja also ich meine kleinsteine auf monika zum aufsammeln aber auch hier ist noch mal leben perfekt auch gleich mal abbauen reparieren nicht genug ressourcen was finden jetzt schon wieder davon haben wir überhaupt nicht genug also holz stecker haben wir oben über 300 stück in borg bench ich habe es ein bisschen leder wo ist jetzt unser haus hier die richtung das ist die richtung auch wir heute über den hügel ich lass mal meine waffel zückt weil hier ist so viel bald ich weiß ob ihr gleich wie ein wolf auftaucht die waffe jetzt noch mal leben auf jeden fall ist auch gut stein aber ich nehme so viel pflanzenfaser mit können wir alles gebrauchen doch schon viel seile daraus bauen die brauchen wir so oder so häusler 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 bauer so viel pflanzenfaser hier sehr geil steine also ich schon geil ist wenn man von berg oben kommen sieht schon heiß aus aus jeden fall ja schon schick ist hier jetzt aber willst du jetzt doch willst du jetzt noch mal eine etage bauen oder wie ich ein dach angesetzt hast ja ich einfach nur übrig das macht doch oder wenn der wäsche spitz doch schon bauen okay wenn wenn denn richtig mein freund dann okay ich will nicht alle haben oder er hat noch ein bier gelagert ich fasse es nicht gutes bier mit schau mal vom bier eingelegt auch wieder so wie scheiße dabei hatte lecker weil ich so oft dazu so nicht weil das ist irgendwann besoffen hält und dann stirbst irgendwann habe ich keinen bock drauf sprich etwa eine aus erfahrung ja aber ich habe mich da gelesen und ich habe keinen bock zu sterben irgendwie durch bier vergiften oder weil ich so wo soll man denn die ganzen pflanzenfasern dann ist dafür dann gucken wir hier mit metall das ist hier strohfasern ja macht aber ich trug machen ja macht aber ich trug ein ja macht er die pflanzenfasern rein denn alle an käche hatte auch schon mal drinnen sicher weil doch fischjagd gehen wir warum bin ich hier eigentlich so jetzt sind bei 90 kilo noch ach so die stecker sind noch mal drin hier noch sagt weg dass sie so das leben habe ich noch im start wäre auch mal ich rein halten rufen mir sagt wo es mit leben irgendwie nicht genau warum weiß ich nicht keine ahnung müssen wir es mal hinkriegen leben keine ahnung vielleicht fehlt da ja noch irgendetwas weil ich habe gedacht dass wir vielleicht leben machen können erblieben stein aber das gibt natürlich das jetzt erstmal hier bevor der tollste weg geht na ja ja mal gucken wo ist das andere das leben und dann werde ich mich jetzt wieder zu meinen nachgewachsenen wald begeben und weiter holzen macht das macht das macht das so gucken ich werde mein taschen wissen lernen hier mal ein bisschen holz also ich mal da rein droppen auf jeden fall so die steine haben wir auch irgendwo noch gehabt hier irgendwo eine kiste mit steine wo waren die jetzt ach da so haben wir nämlich auch schon wieder ein bisschen platz vielleicht habe ich auch noch im start wäre ich muss schon mal ins feuer legen mal auch wenn wir nichts haben es war aber jetzt mal hauptsache drinnen so schnell waren 400 holz weg war das schnell das geht das was so ich stelle es erstmal noch zehn mal wieder ganz normal herr weil ich habe auch so viel leder noch stoff habe ich auch noch ohne ende so ist das nämlich auch am start pilz habe auch schon so viel also erst haben wir zumindest auch schon mal eine ganze menge erstmal das passt und angeknott und bandage vielleicht mal anlegen vielleicht glaube ich nicht verkehrt ein bisschen heilen feilbogen habe hier im start das ist hier waldmeister sind die pflanzen wie viel fall hast du denn ich habe acht ja passt schon ich will ich bin ich bin selber will ich alles gut ich habe dann kann ich ein bisschen platz sparen ich habe ja dann packst du noch bald doch ist doch egal weil es oder packst du eine kiste rein weil ich muss ja selber die dinge erst mal bauen erst mal ein bisschen was lernen ja die feile die haben sie nicht gebaut die habe ich gefunden ja dann muss man welche bauen das ist auch lernen gefunden hier sein wird damit steinmesser ich schaffe eine steinachs beschaffe heidelbeeren fünf töte fünf hasen ok läuft alles am start hier so hier haben wir noch auf jeden fall leben das sind immer abkloppen das leben auf weg ist also schon auf werk man was da ist also so kaputt dann können wir für die wohnung fürs haus drin auch normales hochwertiges bett ok da haben wir holz führen was brauchen wir noch fünf mal das brauchen wir noch bestimmt leder für eine wenig oder ziel auf versuchen und die haut läuft die haut nicht hier auf dem fall aber stecken vielleicht dazu die haut wird nichts bringen aber auch einen schönen fetten helm können wir bauen lassen wir auch was geiles auch eisen halten auch eisen ohne ende brauchen wir ja wie war es noch hin wir müssen auch viel eisen kräften auf jeden fall ist es eigentlich immer schmelzofen aus eigentlich aber schon mal 11 wieder davon das so optimal können wir die 11 gleich mal da reinpacken wieder so haben wir schon mal 17 eisen barren auf jeden fall stein hat auch ganz viele leben haben wir auch schon mal eine ganze menge das passt demnächst ja 100 mal leben ja ich baue gerade auch noch so ein lebens ab hier war das geiles bei meinem zelt immer vom zelt drop bei mir in den leben haufen das ist richtig geil neben hause auch noch mal leben waren den beuten auch noch ab jetzt mal auch schön mit leben leben haus machen ist mein schönes leben ding aus stein und von auch mal wieder wird alles richtig geil wenn ihr auch hier noch ich bin auch mal so ich habe ein bisschen holz mitgenommen hier noch so war da vorne so ein paar bären am start das hier schneebeeren und das ist bestimmt giftig bei meinem glück auf jeden fall waldmeister waldmeister ist ganz gut weil kriegen nämlich auch ein heiltrank dafür brauchen wir auch immer noch ein horn und ein waldmeister an krimisenden heiltrank das heißt wenn jemand mal pilze essen sollte aus irgendwelchen gründen auch immer können wir das auf jeden fall dann uns damit heilen wir was war hier sind auch auf faser noch mal sehr gut das haben wir hier oben das sind zwei schweine das re kuh ziegen perfekt ja ich würde sagen das war es auch mit der folge heute meine freunde der guten unterhaltung ist schon wieder soweit ist schon wieder soweit ja ja ist schon wieder soweit sind zeitvergeht so schnell hier wenn er einmal dritten vor ihm bin spieler hat was spaß macht und wenn jetzt mal weiß ich was funktioniert macht es richtig laune einfach leute ja ihr sehen uns und hören uns auf heute in der nächsten folge wieder wenn es wieder heißt wir drehen hier völlig am rat und bauen unser schloss hier auf jeden fall das wird noch richtig geile hütte werden wir müssen auf jeden fall noch ein schönes dach bauen einrichten wird alles noch werden leute seid mit dabei verpasst keine folge wenn ich hier durchdrehen auf jeden fall und die weltherrschaft uns reisen ich sage ja auch genau so sind wir aus bick ist dabei alles klar leute ich bin raus ich würde man hörte ich tschüss